Ich bin Birgit Strodl, ich bin seit 2009 am Forschungszentrum als Nachwuchsgruppenleiterin am Institut für komplexe Systeme im Bereich Strukturbiochemie. Und ich beschäftige mich mit der alzheimerschen Erkrankung und zwar gucke ich mir im Computer an, was das Peptid, das die Alzheimer-Krankheit mit auslöst, was das überhaupt macht, warum das toxisch ist. Das Peptid, dieses Amyloid-Beta-Peptid, das wird in uns allen produziert, das ganze Leben lang. Per se ist dieses Peptid erstmal nicht toxisch, es ist erst dann toxisch, wenn es beginnt zu aggregieren, also zu verklumpen, sogenannte Plaques zu bilden. Diese Verklumpung, die passiert quasi auch in uns allen. Allerdings haben wir Kontrollmechanismen im Körper, die dafür sorgen, dass eben auch direkt kleine Aggregate, sogenannte Oligomere, entfernt werden aus dem Körper. Nur im Alter, wenn entweder diese Kontrollmechanismen nicht mehr funktionieren oder aber aus irgendeinem Grund zu viel von diesem Amyloid-Beta-Peptid produziert wird, dann kommt es dazu, dass mit einmal zu viele von diesen Aggregaten im Körper umherschwimmen, also vor allem im Gehirn. Und dadurch eben das Gehirn, also die neuronalen Zellen im Gehirn zerstört werden. Meine Forschung beschäftigt sich vor allem mit der Modellierung von dem Amyloid-Beta-Peptid. Ich gucke mir das im Computer an, mit Computerprogrammen, die es mir erlauben, eben dieses Peptid zu beschreiben, zu modellieren. Und ich gucke mir an mit diesen Simulationen, schaue ich mir eben an, wie das Peptid aggregiert. Und das Ziel ist zu verstehen, warum es aggregiert, wie es aggregiert und auch, wie man das vielleicht verhindern kann. Ein Ansatz ist zum Beispiel, dass ein Stoff, der sich im grünen Tee befindet, der trägt das Kürzel EGCG. Und da hat man zum Beispiel gefunden, dass das eben auch die Aggregation von dem Amyloid-Beta beeinflusst. Und ich schaue mir jetzt im Computer an, wie denn er Beta aggregiert, wenn dieses EGCG mit dabei ist. Ich trinke viel grünen Tee, aber nicht nur wegen des EGCG, sondern auch, weil es mir gut schmeckt. Allerdings hat man auch festgestellt, dass in China, wo ja sehr viel grüner Tee getrunken wird, Alzheimer weniger häufig vorkommt. Was allerdings, auch das muss man sagen, auch andere Gründe haben könnte. Also mein Ziel war jetzt nicht unbedingt ausschließlich an Alzheimer zu forschen. Mein Ziel war, an einem Problem zu arbeiten, das eine gesellschaftliche Relevanz hat. Und deshalb war für mich ganz klar, dass, wenn ich in der Wissenschaft bleibe, dass ich an einem Thema arbeite, wo ich immer wieder sehe, warum ich das tue. Motivation, jeden Tag ins Büro zu gehen und im Wesentlichen den ganzen Tag hinterm Computer zu verbringen, ist, neue Dinge zu lernen, zu verstehen. Dass trotzdem jeden Tag oder fast jeden Tag neue Puzzlesteinchen ihren Platz finden. Und das ist eigentlich schön und zwischendurch gibt es natürlich so richtige Aha-Effekte, wenn halt irgendwie, ich nenne es mal einfach Computerexperimente. Und manche Computerexperimente, die klappen einfach so. Das ist toll, aber eben manchmal kommen auch ganz neue, tolle Dinge raus. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass außer meiner Gruppe niemand sonst in der Welt gerade so hinbekommt, dann ist das natürlich umso mehr Freude. Bei der Aggregation von dem Amyloid Beta, es gibt halt diese kleinen Oligomere, die sind noch relativ ungeordnet. Aber letztendlich, die großen Plaques, die sind sehr geordnet. Das nennt man Beta-Faltblätter und das sind riesige Beta-Faltblätter, die zusammenkommen und so eine Art Fibrillen bilden. Und was wir getan haben, wir haben in die Simulationsbox schon so eine Fibrille reingelegt. Und dann haben wir mit einmal ganz neue Effekte gesehen und wir haben verstanden, wie diese Fibrille die Aggregation von dem Amyloid Beta weiter beschleunigt. Und das war eigentlich so das tollste Ergebnis in den letzten ein bis zwei Jahren. Grundsätzlich muss man als Wissenschaftler Interesse an den Sachen haben. Ansonsten, also ohne Interesse bringt es alles nichts. Die Kombination aus Motivation, Durchhaltevermögen und Begeisterungsfähigkeit, denke ich, ist so das Wichtigste für ein Wissenschaftlerleben. Neben der Forschung liebe ich die Natur am liebsten mit Hügeln, noch besser mit Bergen. Hier in der Nähe ist es natürlich die Eifel, wo wir, also wir meine ich, mein Mann und unser Sohn, wo wir am Wochenende sehr gerne hinfahren. Im Sommer mit den Fahrrädern, mit den Mountainbikes und im Winter auch eher zu Fuß. Also Familie und Wissenschaft ist nicht immer einfach zu vereinbaren, weil, wie gesagt, investiere ich sehr viel Zeit dafür. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, würde mir die Wissenschaft nur halb so viel Spaß machen, wenn ich keine Familie hätte. Ohne meinen Mann wäre das eigentlich nicht möglich, weil nur so können wir uns die Arbeit im Haushalt und bei der Erziehung teilen. Ich fahre auch sehr gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit, einmal um halt den Ausgleich zur Bürotätigkeit zu haben, aber auch, weil es mir hilft, mich entweder auf die Arbeit schon mal gedanklich vorzubereiten oder eben auch die gedankliche Nachbereitung der Arbeit. Und oft habe ich auch die besten Einfälle auf dem Fahrradweg von der Arbeit nach Hause. Der Traum wäre wirklich ein Medikament am Computer zu entwerfen, das dann halt im Labor synthetisiert wird und dann halt letztendlich gezeigt wird, dass es funktioniert. Das ist der Traum. Momentan sind wir noch recht weit davon entfernt, weil die Computersimulationen doch noch besser werden müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir, vielleicht in 10 bis 20 Jahren sind wir vielleicht auch soweit.